Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben, die werden oben eingeblendet, falls ich die Namen wieder falsch sage. So, ich spiele heute mal wieder Free Fire und ich spiele Headhunter. Also, viel Spaß. Okay, los geht's. Erste Runde mit Headhunter. Und das ist hier, kannst du nur schade machen, wenn du auf den Kopf schießt. Das heißt ja auch Headhunter. So, zum Beispiel. Gut. Also ich bin kein guter Headhunter, nee, das bin ich nicht. Ich treffe nicht immer. Ich bin kein gesund. Das ist nicht so gut. der sich von 18 bis 25 Jahre hat. von der sich von SMA. Wie lange die? Die Jahre lang, die ich bin ein guter. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Es ist ein Dokument, die sehr lange. Es ist das, ich habe gesagt, dass ich das. Das heißt, ich habe zu lernen, bis in Deutschland zu lernen. Also, ich habe es verloren. Oh Mensch. Sie ist doch. Ich weiß nicht, wenn ich an die Gulen etwas dazu zu fragen, wie das Programm von Indemisien und Jern Das ist Instagram-nya Hier, ihr mögt das Instagram-nya Ich habe noch die Zeit auf die Storia zu memberen Nih, 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 das klebt nicht Ich weiß, dass man irgendwo das einstellen kann, wie man schießen muss, oder dass er automatisch ein bisschen höher zieht, aber ich weiß nicht, wo das geht Auf jeden Fall, das war ja jetzt die perfekte Übung dafür, ne? Ob man es richtig eingestellt hat, oder nicht Mal schauen, welchen Platz ich gekriegt habe Ich denke, siebter oder so Mal schauen Oh, sechster bin ich Oh, wie sehr cool Immer, immerhin Sind sie alle echt? Was? Online? Ja Oh, cool Gut, und dann bis gleich Okay, die zweite Runde geht los mit Headhunter Headhunter Oh, ich nehme eine Pistole Und Oh, ich nehme eine Pistole Ich finde das nicht gut Ach, jetzt habe ich nur die Pistole, Mist Es ist so gut Bistole Ich nehme eine Pistole Das ist so gut Ich nehme ein Eingling Es ist so gut Ich nehme eine Pistole Ich nehme meine Pistole Sie haben eine Ellenunde Gute und die com'est Sie haben sie Ah, das steht ja, was ich glaube, ich bin 5er. Udah ada kok di google Ada aja Karena namanya juga 2 A6 Kamu dari indonesia dan budaya indonesia Dia dari jerman dan budaya jerman Jadi mungkin ada bentrok Untuk bentrok budaya Bentrok dari segi bahasanya Atau juga ada family yang kurang ajar Yang dimandang Apa tuh ngasih Overtime nya terlalu banyak Dan dia tuh gak ngasih apa-apa Ada juga bahkan anak au pair Mereka mendengar dari si Karen Ada temannya disuruh bersihin Pantaknya Kann doch nicht wahr sein Platz 11 bin ich jetzt Saya sudah di jerman bisa mencucuk Aku tidak Karena saya gak tau karakter Kamu kayak gimana makanya Dan saya maunya tuh sesuatu asrama Tapi saya tau karakter anak-anak itu gimana Dan saya gak mau Sebarangan orang yang ikut di jerman Di asrama itu kalian tuh Gak cuma belajar memasak Kalian disitu belajar bagaimana Cara memanage Makanan untuk satu minggu ke depan Memanage apa yang Kalian butuhkan untuk Masak-masakan tersebut Terus Gimana cara kalian bekerjasama di dalam tim Di dalam satu asrama Kalian belajar untuk Mengintegrasikan diri kalian Dengan orang-orang yang belum Pernah kalian kenal Gitu Overt job stage nya apa Biasanya Overt tuh simple Menjagain anak Memangin mereka main Terus bantuin sedikit bersih-bersih rumah Jauh bisa gak belum Bahasa raka itu jadi mahir Bukan mahir ya Tapi dasarnya Karena Overt itu yang diminta Beda dengan Ausbildung Makanya kalau Ausbildung Belajar bahasanya 6 bulan Bahkan menurut saya 6 bulan itu masih kurang Masih kurang Karena saya dulu A1 2 setengah bulan Lalu belajar lagi di Jerman Yang dari A2 sampai B1 nya saja Sudah 5 bulan 5 bulanan 6 bulan 5 bulan dari Jastriva Tua cowok gak ada Aku kan bisa dibilang bahasa Pembantu Gak pembantu juga Ada orang-orang yang mengkategorikan pembantu Tapi gak semuanya kayak jadi pembantu Kayak misalkan si Azimah Dia itu dari 3 anakku Si Azimah Karen sama si Stefi Dialah yang paling santai Dialah yang paling santai Dan aku juga udah kenal sama family nya Udah pernah main kesana Aku orang banget Iya Ada Ada Nah Ada kenalan aku Dia sudah banyak selanjutnya Dan 100 juta Dan 3 kali hujan Dan dia gak lulus Nah A2 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 Sampai 5 bulan Katolak A2 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 A3 A2 Aber ich bin wundern, also bin ich gerade. Ich bin wundern, also bin ich noch nicht nach Hause. Spill ist das viele Chou Jerman. Okay, dann schau mal, ein bisschen Platz ich habe. Also ich bin schon mal nicht hier dabei, leider. 29 kills, 27 kills, 17 kills. Ich habe 14 kills, bin mal wieder auf Platz 6. Also ich glaube Platz 6, der steht in Japan. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020